ja ja hier ja dann köpfe von den mutanten weg klatschen und dann machen wir ja das möchte ich mir jetzt noch mal gönnen an den eingängen würde ich sagen links rechts der typ ist einfach die sport okay das ist schon der ist schon kopflos der ist auch kopflos wo ist in der hitze hier liegt ein kopf vor allen dingen einfach rum da steht die dekoration die viecher sehen scheiße aus riechen scheiße stinken scheiße schmecken scheiße glaube ich das ist nur komplett scheiße das ist der kopf jetzt hin deswegen hängen wir uns hier jetzt auch wie das aussieht warum kann ich nicht aufhängen warum kann ich nicht aufhängen das ist nicht sadistisch das ist einfach so das ist jetzt für mich gerade oberste priorität kachink 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 ja da ist der zweite was ich habe hier die zu fehlen man dann alle getöteten tatenländer ja es ist auch alles ja ich hatte noch nie so viele mutanten mussten zahlen hat vier an noch herr wahnsinn ein baum hart zwei von zwei würde mich wundern wenn ich sowas nicht hätte du hast mindestens 200 gegen den eigentlichen mehr baum stimmen ja hier liegen einfach noch mehr so ein stock ist schon eine mächtige waffe ja mich einfach wieder dabei hatte wenn der tierschutz unsere folgen guckt der tierschutz wird dann direkt der namen was anderes einschalten besser wäre es der wagen ist wieder voll ich krieg besuch normal packt dann mal meinen bogen aus die lady ne ah geil du kannst die headshotten mit einem gezielten treffer im kopf sind die sofort tot und zwei von den vier sind gerade abgehauen deswegen bleib stehen uschi wow das war ein bisschen daneben mal da ja trage eine große waffe möge sie präzise sein ok da ist noch ein umpa loompa lass mich dich tragen totes weib ich gehe da mal holz auf mich ich kenne ich das wird kein gutes ende nehmen ich möchte da nicht weisen ich brauche mal bitte deine molotov action hier ich habe keine molotovs mehr ich habe kein alkohol mehr da war jetzt gerade die letzten 50 folgen nur am kronen aber wie ich die einfach weggesnipet habe ich habe zwei leute gehabt im headshot getötet scheiße du hast du hast kein alkohol mehr ok leckst du ein paar leichen mit mir ins feuer ich erscheine und natürlich mit der lieferung holz ja nie frisch bestellt so habe ich erzählt dass ich bei meiner lieferung ich bestelle mir jetzt mal ja weil ich habe ich herausgefunden habe man kann elgato liefert mit der game capture ging uns auf eine software die nette sound capture und ich kann sogar theoretisch von externen geräten sound einfangen und abspielen das ist perfekt dann zu streamen über einen zweiten rechner ja jetzt brauche ich da eine interne karte damit ich aufnehmen kann und eine externe karte die dann in mein streamen rechner geht damit ich streamen kann ich kriege kaufschmerzen so ähm alles fertig was mit baustellen zu tun dann sollen wir jetzt mal die zweite etage ziehen ja ich muss dann erst die treppe in angriff nehmen hilfst du mir kurz hier mit der mit der letzten leiche noch give me a second geil das ist dass man die einfach weg snipen kann ja der liegt genau hier wo willst du den hinschleppen ins feuer vorne ja okay oh diese mutantenköpfe ne leicht eklig aber geil wir kennen hier ne wir lernen hier ne schöne frau kennen und wollen die mal mit nach hause nehmen mal da na wo der ziopor flammend hier 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 das ist geil und jetzt müssen wir gleich noch eine dritte etage ziehen ja zerfallt schon ja ja ich habe gerade ein bisschen was aufgesammelt ja ich muss fleisch aufhängen bevor es umgeht oder ist das schon um jetzt roßfleisch essbar hier wollte man ja die treffe haben eine sekunde hier kann ich auch ein ich habe eine idee wenn du die treppe gebaut hast dann teile ich die mit ja was du davon sagst dazu sagt ich bin auch gedacht ich mache dann hier oben auch nicht wie bist du da hochgekommen ich würde jetzt einfach sagen mal nie aber das wäre gelogen das ist ein back ich habe den schlitten aufgehoben schwarze geduld und war schon beim auf dem dach mit dem schlitten kann man machen muss man aber nicht und lass uns aber ich weiß nicht was aber das ist hoffentlich machbar weil das ja warte mal die scheiße sekunde hast du eigentlich schon den neuen spiderman gesehen die letzten beiden neuen habe ich noch nicht gesehen ja das ist voll aus wie dieser voll krasse schäkel mutanten guck mal so ach verdammt jetzt hat es nicht gebaut bist du nimmt er das denn jetzt wieder nicht weiß ich nicht das mit der treppe ist ein bisschen abfuckt schon wieder aber